Hallo, hier ist der Martin von Money Mankey, ist das die DAX-Analyse für Donnerstag, den 25 Januar 2024 und der junge Mann hier, der hat sich bei SAP eingekauft, hat hier einen Batzen Geld in die Hand genommen und unserem DAX mal richtig nach oben geholfen. Auf Tagesebene sind wir damit jetzt an die Kante des Abwärtstrendmusters rangekommen und könnten eine Trendfortsitzung einleiten. Also sehr, sehr, sehr spannende Stelle, sehr, sehr, sehr wichtig. Und wenn ich mich an die gestrige Analyse zurückerinnere, war ich, glaube ich, eher negativ gestimmt, wenn ich das noch so im Ohr habe, weil wir hier eingedreht hatten, rote Tageskerze, auch eine schöne Stelle zum Eindrehen, das hat gepasst, zwei grüne Aufwärtswellen, gleich lang hätte jetzt eine rote nach unten folgen sollen, wenn der Markt unter 6,60 weiter nach unten drückt, das war Voraussetzung. Und wir hatten auch, glaube ich, sogar wortwörtlich zu sinngemäß gesagt, na gut, entweder war es wortwörtlich oder sinngemäß, aber ich habe mir die gestrige Analyse nicht mehr angehört, dass man eben dann nicht, oder dass man trotzdem die Kante auf der 700 setzen sollte, damit man eben nicht start steht und dann über 700 das Short geht, weil der Martin gesagt hat, unter 6,60 hat der Markt weitere Tendenzen nach unten. Wenn er über 700 geht, hatte ich auch so gesagt, würde ich mich eher nach oben orientieren, weil er dann eben auch hier nichts mehr hat und dann relativ leicht auch in die 800 wieder reinlaufen kann und auch in die 900 und da waren wir gewesen. Wir sind halt genau präzise, also wirklich sehr, sehr, sehr genau hier auch dran und haben auch den dort schön durchgestellt. Also wenn es ein karumisches Lehrbuch gäbe für den DAX, dann wäre das 1 zu 1 bereits zuvor ein Bild im Lehrbuch gewesen. Das hat er wirklich sehr, sehr, sehr schön gemacht, so wie wir das ganz oft sehen. Also zumindest das Oben-Rat-Stechen jetzt, nicht hier unten das noch raussetzen und so, sondern über 700 und dann ran an das Ding, wie er sich hier oben verhalten hat, das ist schon fast leerbruchreif. Jetzt ist halt wirklich die große Frage, wie weiter? Ja, weil in der Regel sieht man auf so eine Bewegung, politisches Trendfortsetzungsmuster, DAX probt den Ausbruch, erstmal, dass das nicht gelingt. Ja, das sieht man sehr oft, dass er dann doch nochmal deutlicher in die Zone zurückläuft, in das Muster, manchmal sogar so fast so mittig nochmal zurückkommt. Also ich sage mal 660 bis 550 wäre gar nicht so abwegig von hier oben kommt, ja, auch wenn es jetzt viel erscheint, um dann mit mehr Schwung den richtigen Ausbruch oben rauszunageln. Das sieht man sehr, sehr, sehr oft im DAX, aber wir gucken auch gleich auf Tagesebene, weil ganz so viel Hoffnung will ich euch gar nicht machen, dass da jetzt wieder eine richtig geile Trendbewegung wie im November kommt. Ich fürchte, das wird nicht passieren. Aber erst mal jetzt hier. Wie gehen wir jetzt weiter um also mit ihm? Sollte er zum Donnerstag sich weiter nach unten arbeiten, wird sicher der Bereich um 8,20 interessant, die 67 ist interessant, die 67 bis 37 ist interessant und eben hier dann der, die, die, das Gap zum Vortag bei 6,60 wäre natürlich auch auf Tagesebene eine richtige Wumme, wenn er sich jetzt zum Donnerstag bis da runterknallt. Es ist aber nicht weit. Ja, also von der Bewegungsspanne müsste sogar, glaube ich, weniger machen, wie er zum Mittwoch gemacht hat und er würde das treffen. Warte mal, wir waren 9,25. Nein, das sind genau 200 Punkte. Ja, also wenn er vielleicht ein kleines Gap noch einbringt. Das wäre die Abwärtsroute. Ich denke, das ist relativ eindeutig. Hierbei sollte man auf tiefere Tiefs, tiefere Hochs achten. Das heißt, wenn der DAX dann doch mal hochdreht, sollte er idealerweise vor einem vorherigen Hoch dann wegdrehen, wieder runterdrehen, neues Tiefreißen. Dann ist man richtig, dann kann man auch weiter auf der Shortseite agieren und hier, wie gesagt, die verschiedenen Stationen dann anzutraden. Die 8,20, 7,60, äh, 7,30, 6,60 bis vielleicht sogar 5,50. Könnte man probieren, wenn er denn mitspielt. Wenn er sich aber auftritt und er etabliert sich über dieser Kanalkante, dann gucken wir mal einen Tagesschart. Und wäre das als Ausbruch aus dem, ähm, aus dem bullischen Trendfortsetzungsmuster zu werten. Und dann würde das die Trendfortsetzung eindeuten. Wie gesagt, das ist eine sehr, 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 sehr eindrucksvolle Bewegung im November gewesen. Ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt sehr, sehr, sehr viele richtig geil sind und anfangen, hier Faktorzertifikate zu kaufen und so ein Schmarrn. Ähm, das wird wahrscheinlich dann auch nicht klappen. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass hier dann viele jetzt anfangen, ähm, auf der Longseite vielleicht auch anzufangen zu pyramidisieren, ein bisschen, ähm, ähm, ein bisschen, bisschen viel wollen vielleicht, ne, weil sie das noch so im Hinterkopf haben, wie das November gelaufen ist. Und der dann aber einfach nur irgendwie hier so eine, vielleicht 17.200, 17.250 anläuft und dann dort wieder umkippt. Also so wie wir das jetzt hier noch offen haben. Ja, also ich bin nicht ganz so optimistisch, dass er hier richtig rausschmatzt. Ich vermute fast, wir machen noch eine, wenn er denn ausbricht, ist er ja noch nicht ausgebrochen, ja, wenn er wirklich ausbricht und hier rauskommt, das kann auch erst nach einem Schwunghunde noch kommen. Aber wenn er denn dann diesen Channel rausnimmt und oben ausbricht, glaube ich, das wird so eine 2-3-Tage-Aktion und dann geht es wieder 4 Wochen zur Seite. Rechne ich persönlich eher damit. Ja, dass er sich einfach eine neue Range sucht. Ja, irgendwo hochstellt und dann vielleicht eine lange grüne Tageskarte und dann läuft er wieder 3 Wochen in dieser grünen Tageskarte zur Seite. Das wäre typisch. Wird hier auch gut reinpassen und auch eigentlich in die Jahreszeit gut reinpassen. Ja, das soweit meine Einschätzung, soweit meine Gedanken, Ideen. Wichtig ist halt zu verstehen, dass es ein Trendfortsetzungsmuster, was jetzt nach oben auflöst. Das heißt Trendfortsetzungsmuster, weil es diesen Trend unterbrochen hatte und jetzt eine weitere Trendbewegung einläuten kann. Das heißt, in dem Sinne Vorsicht für diejenigen, die irgendwo short unterwegs sind, könnte dann entsprechend gefährlich werden, weil man dann gegen den Trend handeln würde, wenn man dagegen steht. Das kann punktuell gut funktionieren, unterm Strich. Und auf Dauer ist es aber nicht empfehlenswert, immer gegen den Trend zu handeln. Und der Abwärtstrend wird hier brechen. Das heißt, man hat hier keine Trendbasis mehr für short, sondern Trendbasis wäre dann long gerichtet, aufwärts. Okay. Zwei Stunden haben wir unten, oben, eigentlich alles klar. Ziele haben wir benannt, unten. Wo wären die nächsten Ziele? Oben, 69 ist das letzte hoch, 17.000 ist das nächste hoch. Das sind dann die Anlaufstationen, wenn er denn drüber kommt. Vielleicht sogar Aufwärtsgap und das offen lassen. Mit sowas kommt er auch immer schön weg. Also mit sowas kann er sich schön lang strecken. Hat man hier auch gesehen, ist das gleiche Prinzip gewesen. Das kriegt der DAX immer gut hin. Und dann sind 69, 17.000 die nächsten Stationen. Und dann geht es weiter. 17, 120, 17, 200. Und ich glaube, so ab 17.200, 17, 250. Könnte er dann vielleicht schon wieder anfangen zu stottern. Und dann oberhalb von der alten Range eine neue aufbauen. Das würde ich wirklich am ähnlichsten sehen momentan. Gut, ich mache hier zu. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Klingen. Hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.